Hey, Internet und YouTube zurück bei Risen 2. Ich weiß nicht, was ich tue irgendwo hin, aber das soll mich nicht davon aufhalten. Abhalten. Das soll mich nicht aufhalten, mich abzuhalten. What? I don't know. Au. Auf dich zu wehren, es hat keinen Sinn, ich hab die A5-Taste. Schön. Ja, irgendjemand wird sie hingestellt haben wahrscheinlich, Patty. Sorry, Gold, 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 Gold. Ich kann nicht mehr aufhören. Mit dem A5-Taste ohne Ende. Alright. Geisterlinie, hebe ich auch noch auf. Ähm, die steht hier nicht zufällig, weil... Weil... Zum Totenpfeil nach... Am Totenpfeil nach Süden. Am Totenpfeil nach Süden. Am Totenpfeil nach Süden. Alright. Keine Panik. Keine Panik. Hat schon Sinn, was ich tue? Das ist die Zwillingspalme. Ja, das habe ich gerade gesagt, Patty. Das habe ich gerade gesagt. Nach Norden? Nö, 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 nö. Ja, nach Norden und am Grab nach Norden. Komm mit, Patty. Everything is under control. Everything. Hier ist das Grab. Leucht. Dein Amulett. Dieses Grab ist bestimmt ein weiterer Hinweis. Laut den Notizen deines Vaters müssen wir hier zwei Mann entlang. Zuerst müssen wir den Truhenschlüssel finden und danach den Schatz. Gut, dann los. Was? Was Truhenschlüssel? Gib mir jetzt dieses Amulett und den Trank. Und hier müssen wir auch noch treuern. Oder? Ich weiß, dass du bei mir bist, Patty. Du rückst mich auch ungemein. Ich fühl mich gerade nicht. Au! Hör auf jetzt! Wer haben wir noch? Hör doch auf zum Blocken, du zögerst es nur heraus, das Unvermeidliche. Patty, mach mal was. Jetzt hab ich mal den letzten. Ich glaube, da vorne hat was im Wasser gefunkelt. Wo, wo, wo? Funke? Mani? Funke, Funke? Funke? Wo, Funke? Wo? Wo hat was gefunkelt? Glaubt mir, Patty. Sowas würde ich bemerken. Wenn irgendwas funkelt. Lass mich raten. Zu schwer. Nein. Oh, diesmal nach rechts, das hat mich jetzt etwas verwirrt. Ach, danke schön. Warte, wo waren wir denn jetzt? Hier hat irgendwas gefunkelt, hast du gesagt. Funkelt nix. Trilliarden an Schatzkarten. Oder vier Stück. Alright. Jetzt. Muss ich zurück dorthin, oder was? Am Grab nach neun, vom Schlüssel zum Glück, am Grab nach Süden. What? Ich hab schon viel Zeit gehabt, dein Vater, für solche Rätsel hier. Okay. Ich hab schon viel Zeit gehabt, dein Vater, für solche Rätsel hier. Okay, ich weiß nicht, soll ich ihn ausbuddeln, Patty, oder was? Wie stellst du dir das vor? Ähm. Nach Süden. Jesus Christ. Ich hab's doch gerade gelesen, ich weiß. Grab nach Süden und da nach Monolithen. Nach Süden. Bist du das? Dieser Monolith scheint der letzte Hinweis zu sein. Ja. Exakt, Patty. I love you too. I love you too. Wir sind Xen. Wir sind lauter Xen. Betty. Und den Nuss. X, 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 X. Endlich. Jetzt haben wir's fast geschafft. Wir müssen nur noch das richtige Grab ausbuddeln und wir sind am Ziel. Irgendeine Idee? Keine Ahnung. Du bist doch der Rätsel-Experte. Sieh dir einfach mal die Gräber und den letzten Hinweis von meinem Vater an. Warum buddeln wir nicht einfach alle aus? Sockbacht. Wallets. Ich versteh nicht. Was ist, wenn ich jetzt das Falsche ausbuddeln, dann ist alles umsonst, oder? Lass mich zuerst die wichtige Muschel begutachten. Nichts zu holen. Ja. Ja. Tor. 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 Okay. Danke. La. Die. Die. Wo soll ich drei? Na. Süden. Drei von vier. Achso. Okay, dann, äh. Tagebuch Seite vier nochmal lesen. Ich habe nur diese Seite behalten. Seite eins. Aber ich bla bla bla. Nur der Inhalt eines Grabes ist kostbar. Die anderen sind tödlich. Oh. Kostbar. Die anderen sind tödlich. Achso. Stimmt. Kostbar. Kostbar. Deswegen hat mich das jetzt erinnert. Wenig Sockbad. Oder? Also muss es der sein. Buchstaben. Oder? Komm, das ist das. Das ist das. Ich habe dich gefünft. Oh Gott. Direkt patty ins Gesicht. Sehr gut. Du ist gerade gegraben. Wozu? Nein. Komm schon. Yes. Meins. Komm. Ich sag dir. Die richtige Trube, mein Freund. Oh yes. 2000 Gold. Was haben wir hier? Familiennerbstück. Bringt mir nichts. Unverkäuflich. Ein Verlobungsring. Mit dem Namen Greg. Okay. Stahlbart dunkle Seite. 200. 300. 2300. 2300. 2300. 2300. Ja, gib mir alles. Selbstverständlich. Karte der Schatzinsel. Super. Piraten. Ruhn. Ruhnbonus. 10%. Ah, okay. Naja, 2. Naja. Ja. Was ist jetzt? Ich habe in dem Schatz einige Goldsachen und einen Edelstein gefunden. Außerdem etwas Schmuck. Ich nehme den Schmuck. Da könnte etwas dabei sein. Den Rest kannst du behalten. Gut, so machen wir es. Hier, hast du den Schmuck. Ja, das ist genau das, was ich immer gesucht habe. Ein uraltes Familienerbstück der Stahlbarts. Und der Ring, den mein Vater meiner Mutter zur Verlobung schenkte. Ich danke dir, mein kleiner Held. Ohne dich? Ja. Ich will nur sagen... Was denn? Ach, nichts. I love you too. Jetzt sag schon. War nicht so wichtig. Ich höre immer noch. Schon gut. Patty. Ich meine, wir sind doch ein richtig gutes Team, oder? Das sind wir wohl. Danke, dass du da bist. Ich kann dich echt leiden. Ich meine, jetzt, wo mein Vater tot ist, ist alles nicht einfacher geworden. Dafür hat man Freunde. Ja, das stimmt. Naja. Dann lass uns mal weitermachen. Wie, das war jetzt alles? Was hast du erwartet? Mehr? Na ja. Das hättest du wohl gern. Los, weiter jetzt. Oder meintest du jetzt was anderes? Ja, und was jetzt? Ja, jetzt. Jetzt warte mal. Die Schatzinsel. Die Schatzinsel, die Karte. Okay, Harlocks verraten noch. Aber das ist ja nicht. Da ist eine Schlucht. Da ist eine Anlegestelle. Okay, dann machen wir Harlock. Müssen wir jetzt Harlock suchen, oder? Was ist das jetzt hier mit der Schatzinsel? Ist das jetzt erledigt? Richtig. Moment. Lass mich nochmal mein Gold sehen. 6.200. Wunderbar. Wo ist Harlock jetzt? Ja, ich mein besser als nix. Das war besser als nix. Und jetzt muss ich die ganze Insel ablaufen und irgendwo ist Harlock da. Begegnet er mir wieder automatisch, wenn ich zurück bin. What the Jesus Christ? Achso. Keine Panik, das ist nur ein kleines. Da sind nur zwei kleine. Jesus Christ. Au, au, Patty. Rückzug, Patty. Oh, schlecht geteilt. Schlecht geteilt. Au. Fallon. Könntest du dich umdrehen? Das war's. Ich kann ja nicht sein, der berühmte Stahlbad und verkreift dir 2500 Gold. Ich war besser als nix, aber ich hätte mir mehr von deinem Vater erwartet, Patty. Scheint ja nicht so der Burner-Pirat gewesen zu sein, hm? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich gleich aufs Schiff zurück sollte. Ich wollte ihn jetzt tatsächlich irgendwo auf diese bekloppten Dinge noch suchen. Hier wird er ja wohl nicht sein. Na gut, dann renne ich noch ein wenig hier herum. Partys, somit da lebe ich. Ich renne jetzt noch bis zum Schiff, aber wenn ich ihn nicht begegne, dann wuchs. Harlock lebt wohl. I don't care. Da ist das Krokodil. Not the best idea. Betty, lass es gut. Wir müssen nicht... Au! Au! Sag mal! Au! Jesus Christ! Meine Güte, du! Wo ist meine Belohnung? Der 120 Euro. Okay. Äh, abgesehen davon, bin ich jetzt immerhin nicht mehr auf mein Schiff zurück. Richtig? Hallo, komm raus, wo immer du dich versteckst, mein Freund. Hallo! Was ist die Spielchen? Ich meine, jetzt bin ich wieder in der Höhle. Das ist doch perfekt. Ich schätze, er ist irgendwo in der Höhle. Irgendwas zum Einstecken hier. Der ist verschlossen, wunderbar. Dann gehen wir hier entlang. Ach, komm. Ah, Jesus, hab ich gedrückt? Nein! Ich hab doch... Selten dämlich. Findest du das witzig? Patty. Ich habe... Wo bin ich denn hier? Was ist denn hier die Letzte? Was ist denn das? Ich hab nicht gefünft, selten dämlich. Ich hab deinen blöden Schatz gef... Ich hasse dich, Patty. I hate you! So much right now! Oh Gott! Okay, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich sag jetzt, zurück zu meinem Schiff, hab ich jetzt... Ja, nachdem ich hier nach... Ja, Jesus Christ... Direkt zur Schlucht. Direkt zur Schlucht. Völlig wusst, was da drinnen war. Blumze. Wahrscheinlich ist Hallokirchen beim Strand der Idiot. Was ist der Idiot? Nur zwei. Wunderbar. Jesus. Oh, vier! Oh, wunderbar. Oh, wunderbar. Fünf. Sechs. Sieben. Wunderbar, Patty. Wir sind tot. Schieß, Patty. I am running. Haha, daneben. Wupps-dee-doo. I am rolling. Oh Gott, die in die falsche Richtung gerollt. Äh, 110 Punkte für mich. Oh, oh. Oh, hast du mitgetreten? See shit. Okay. Oh, mein Gold. Rufi. Eine Axt zum Verschleudern. Eine Muschel, wo eigentlich nichts drinnen ist. Axt zum Verkaufen. Eine Gesprächsoption, die ich nicht haben will. Perfekt. Ich bin bei dir. Was ist denn jetzt schon wieder? Erst jetzt. Ist aber gut. Kommt da her. Eigentlich wollte ich nur H-Lock. Oh, Jesus Christ. Ja. Was? Super. Keine Ahnung, wo der ist. Ich hab 2000 Gold, was soll's. Die Grape kann mich jetzt gern haben, okay? Zusammen, packen wir das. Ich will es nicht packen. Ich will es gar nicht packen. Was meinst du? Wo könnte H-Lock hingegangen sein? Er ist bestimmt nicht durch die Schlucht gelaufen. Dann hätten wir ihn gesehen. Lass uns am besten mal den Strand entlang gehen. Ist das jetzt ein Witz, Patty? Kein Problem. Wir sind doch gerade am Strand entlang gegangen, oder nicht? Da taucht jetzt H-Lock auf magische Weise am Strand auf. Das interessiert mich jetzt. Harley. Ist völlig umsonst, was du machst. Du brauchst dich nicht verstecken. Na, hier sitzt er jetzt. Okay. Ich hab kein Fleisch zum Braten. Du schon wieder. Es ist keine gute Idee, hier aufzukreuzen. Es war keine gute Idee, uns die Falle zu verschweigen. Ach das. Er ist mir wohl entfallen. Obwohl ich gehofft hatte, dass du in der Wildnis verschwindest. Aber manchmal kommt es eben anders. Also, was jetzt? Genug geredet? Was? Was? Ich werde dich einfach auf dieser Insel verrotten lassen. Ohne Schiff kommst du schließlich nicht weit. Ich bin einmal von dieser Insel heruntergekommen. Ich schaffe es auch ein zweites Mal. Na klar, viel Spaß. Ich konnte Harlock schon damals nicht ausstehen. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Wie auch immer. Ich bin froh, dass er uns keinen Ärger mehr macht. Was wären die anderen Optionen gewesen? Ah, egal. Bleib hier auf der Insel. Adios, Amiga. Was mach ich denn? Okay, damit wäre Stahlbart Schatz wohl abgeschlossen, oder nicht? Ist das dann abgeschlossen, wenn das so ist? Nein. Warum habe ich jetzt noch diese... Ja, ich weiß, aber die sind doch für den Popo, oder? Laufende Quests. Alec Wests. Alec Wests. Oh, jeez Christ. Und ich sollte mit Patty sprechen. Folge, ja. Ja, habe ich noch die Chips-Ausrüstung. Komisches. Am versteckten Stand in der Bucht von Marakai. Okay, dann gehen wir, machen wir, ne? Dann machen wir eins von den beiden Sachen hier. Auf jeden Fall zurück nach Marakai. Vielleicht gibt's ja was... Kann ich was Neues kaufen? Wahrscheinlich nicht. Was machen wir als nächstes? Am besten, wir verlassen diese Inseln. Hier gibt's nicht mehr viel zu holen. Sag mir Bescheid, wenn's losgehen soll. Geht los. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Ey, Captain. Äh, wo war das? Okay, Doc. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank.